moin moin leute willkommen zu gaming spielt live ist range folge nummer zwei wobei ich mir noch nicht sicher bin und ich bin mir noch nicht sicher ob das ein durchgenudelt wird oder nicht weil es ist ja schon eine menge spiel was dazu spüren wäre wir kümmern uns jetzt mal nicht um die drei personen dabei habe ich es doch eigentlich denn wir sind auf dem weg eine blauartige von einer gefährlichen schussverletzung zu retten und das passiert in dem bar und ich habe schon eine idee ich verhindere es wird eine lange Zeit um einen guten einen finden Max, nicht zu lange warten. John Lennon sagte mal, dass das Leben ist was passiert, weshalb du andere Pläne machen machst. Geh jetzt. Lass mich nicht stoppen. ich nehme an, dieser Punkt ist ab diesem Punkt. Upsa! Es ist Zeit, um ein jederzeitiger Hero zu sein. Entschuldigung, Herr Jefferson, kann ich mit dir für einen Moment? Ja, Entschuldigung. Nein, Victoria, Entschuldigung uns. Ich werde nie eine Fotografie-Future starten lassen. Ich bin auf dem Weg. Ich glaube, John Lennon hat mal gesagt, dass das Leben ist was passiert, während du bist. Ich bin sehr busy mit anderen Plänen zu machen. Max, Sie sind heute auf Feuer. All die richtige Antworten, gut. Mach sicher, dass du es heute enden arbeitest. Ich habe faith in dir. Ich hoffe, dass wir keine Zeit haben, um zu gehen. Bitte, bitte. Ich kann niemandem sagen. Sie denken, ich bin verrückt. Okay, wir können schneller gehen. Tun wir das. Gehen gleich mal dahin. Du weißt, dass ich das nicht brauche. Ich liebe das. Das Ding ist nur, wenn wir uns zeigen... Okay, Max, retrace alle Schritte. Ich habe mein Gesicht verholt. Ich habe meine Fotos verholt. Dann fliege die Butterfliege in. Und ich habe die Fotos gemacht. Lass sie aus diesem Scheiß! Ich kann allen sagen, dass Nathan Prescott ein Punk-Asser, der wie eine kleine Mädchen und sich mit ihm spricht. Nein, du weißt nicht, wer ich bin oder wer du mitst. Wo hast du das gemacht? Was machst du das? Komm her, mach das Ding runter! Ich brauche ein Hammer, um es zu öffnen. Menschen versuchen, mich zu kontrollieren. Du wirst in hellen mehr Probleme für das, als die Drogen. Keine Ahnung, dass du das Punk-Asser niemals verholtest. Geh das Gerne weg von mir, Psycho! Ich brauche... Ich kann das nicht passieren. Wenn ich wieder zurückkehren kann, kann ich sie helfen. Okay. You are going to get in hellen more trouble. Okay. Nobody would ever even miss your Punk-Asser, would they? Ich bin zu schade, um zu über die Seite zu kommen. Oh, shit! No, no, he has a gun. Ich muss noch etwas tun. Okay. Okay. Don't ever tell me what you're going to get hurt. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hellen more trouble for this, than drugs. No way. Okay. Okay. Cool. Ich bin zu schade. Okay. 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 Aber echt herr. Okay. Wir haben die Hauttextur gemalt. Das finde ich eigentlich ganz cool. weil die schatten sind einfach sehr sehr fix ich so wir können rausgehen ja wenn der wüsste was die zukunft bringt hide the truth da ist das team tut again you know i i've heard enough don't think i don't know what goes on around here you've only been here for three weeks and you're already causing conflict i don't think your parents will prove when they find out now get outside with class please no he does not have consequences you can write i may have just you can rewind to change let's rewind and find out what's actually telling the truth let's do this a bit faster so und das können wir skippen jetzt reporten wir es mal i just saw nathan prescott waving a gun around in the girls room nathan prescott you sure yes he was in the bathroom talking to himself with a gun i saw everything he was babbling like crazy okay slow down slow down so now you saw this without him seeing you i was hiding behind a stall i have the right to be there it's the girls room i know i know i just want to be completely clear what happened mr prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of blackwell's most honored students so it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls bathroom so what happened next then then he left i ran out here wondering what to do are you gonna bust him this is serious charge i'll look into the matter personally thank you for bringing it to my attention that's it after what i told you continue this discussion later in my office please go outside with the rest of your class now miss carfield of course this academic drone won't do anything since the press will you please come to the front office thank you rachel amber she looks so hopeful and pretty i wonder what happened to her hmm fountain can my dad be okay you say you guys are retreated please find me a bf for prom was man halt so hinschreibt this day has been so insane everything is happening too fast and none of it makes any sense these visions this power i keep expecting to wake up one more time but if this is a dream then i'm not asleep which means somehow i did rewind time so there has to be a reason and i have to find out why good genug gedacht oh ein ein meerschweinchen ein eichhörnchen hallo eichhörnchen hallo eichhörnchen das ist sehr zutraulich hallo eichhörnchen hallo eichhörnchen und dieser zagrosa hitbox guck ans juranal a a god so endai anwinder holl 개인 camera will be ready for a shop i hope so what where bist du nš aber wir können nach oben gucken do you want meet coffee after school need you to have use two Ich will nicht studiert aber, bitte Sie sich zu inflationenangaben und ich habe mich verwandelt. Hey Mad Max, lass ich schon einen 맞ten kurzen ab. P.M. nach zehnmal, 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 zehnmal. Zehnter, fünfmal, zehnmal, siepter. Ich will jetzt die Flashtraube, die eine Info und space werden. Okay, Exit Dex. besser gehe ich zu meinem wohnen und nehme diesen flash drive mr jefferson hat so ein gift für unterschiedliche style ich bin komplett verwirrt prolog so lost okay das sind die fotos machen kann aber ich kann ja gar nicht dieses niedliche eichhörnchen so fotografieren even if i want to i can't just can't i bet the black wolf founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones so zack coins this is a great image all those rippling green coins und i hope everybody got their wish frage ist ja gut macht's halt nicht schon wieder das yo justin yo justin check out the max come to thrash thrash you mean stage diving or you're such a poser if you can't even name a simple nose slide or a tray flip you should walk on yo justin check out the max i came to nose slide but i'd love to see somebody do a tray flip oh sick you're not a poser nah i just can't see you're not a poser oh check it we're gonna destroy some rails for you what do you want to see oh no slide i'd love to see a nose slide let's get trevor all over that action oh yeah okay that was it hey you never really escaped betty not really too bad it's nice to have the females on board too rachel and ever and her punk friends used to love skating with us punk friends who was rachel's punk friend i can't remember her name she was hot tats blue hair really hardcore she stopped hanging out with us after rachel disappeared and ran away oh oh you knew rachel she used to chill with us sometimes one day she just vanished hope she's living the dream somewhere anybody who will get escape and take them out with our boards let's chill later dustin anytime you want to take some action shots we're here for you max we're here for you maxi flip this board so schön ich hätte ein foto machen kann hallo daniel i can't talk to you you're not in my interest stella got to god hey there's no hey i know you you're the new quiet girl in jefferson's class isn't he incredible he's aloof i think so we're lucky to have such a famous teacher and i actually love his work me too his new york urban stuff is great but i'm glad he came back to his oregon roots screw the east coast elite okay we're all 18 what is that for us to teach photography to us blackwell hicks plus he is pretty hot when we were dead and if victoria wasn't that over then i would definitely make a room i would definitely make a room oh, now i have to hear you Victoria is pretty obvious i don't think jefferson is into her i don't think she's closed the deal but she's not the only player now how do you know this you have a lot to learn here at blackwell so Rachel amber absolutely had sex with him what well i heard that from a good source interesting interesting see you learn something new every day at school yeah you have a lot to learn oh man of course exhibition is so cool that blackwell is doing a show of mr jefferson's work good let's check out broker i will speak to you let me guess you want to fly my drone is that really yours is that even legal of course nobody knows about it yet isn't it considered a weapon of war uh you read too many conspiracy sites this might be too complicated for you funny warren said you were smart please step back excuse me okay all right all right see you see you hi bro what so skippen wir das i'd love to i love planes and balloons and this is neither do you know what a drone really is uh weapon right uh you read too many can speak okay sie le wir sind einfach zu dumm mädchen du bist so doof nun gut die frage ist seid ihr tod mädchen geht es euch gut also hallo hier ist es wichtig rätow selfie master nats mir all right Du schaust wie immer, Hayden? Es ist ein kleines, man kultiviert es bei Blackwell. Especially, wenn man einen representiert den Vortex Club. Nicht zu beurteilen. Was ist der Vortex Club eigentlich? Es scheint so elitistisch. Nur wenn du nicht cool genug bist. Und du wirst dein Resümee nicht. Wenn du so sagst. Ich glaube. Aber du solltest eigentlich kommen und uns mit uns eine Nacht. Dann würde du nicht so beurteilen zu gassieren. Oh. Du meinst, mit dem Vortex Club? Das klingt wie ein Setup für eine horrible Prank. Schellack, Paranoia-Gerl. Wir sind nicht so stolz für Spaß. Wir wissen, wie wir das machen. Es scheint wunderschön zu denken, mit all diesen Rachele-Amber-Postern auf. Du bist hoch. Rachele hat uns mit uns auch. Sie war ein Blast. Sie war einfach. Sie war einfach. Sie war einfach. Sie war einfach. Also, du wüsstest du Rachel-Amber? Ich wüsste, dass sie das Party lief. Auf die Bühne. Das war Teil 2 von Life is Strange bei Game Inc. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren. Ich würde mich freuen und sage bis auf dann. Das war ein Witz. Ich bin froh. Das war ein Witz. Ich habe eine Witz. Untertitelung des ZDF, 2020